Wie du da? So wie die sich treffen Mark, please, I want support Bist du Mark schon da? Headshot Halt ich mal Mark Kann ich nicht Doch, mit Mekki Hey, weil da kommt schon der nächste Oh fuck oh fuck, ich hab 7 HP Oh Niniiniinii Ah, da war noch einer Da war noch 2 sogar Oh, ich war grad grad sagen, wer ist das? Ein Fisch Gesicht wie hier Du Nee, du bist jetzt Kartoffelsicht Schone Ich bin ganz knapp drin Park Bei mir liegt Schild fast so gern dir Nein, ich mit Kipp das Oh, sogar 2, danke Kein Ding für den King 105 105 Na Wusste hin? Hinter dem Berg Hinter dem Stein Bist du dumm, Lara? Das ist russisch Ich hab' nie Da wartest du grad Nachladen Ja, ich wollt grad nachladen Das ist einfach aus Gewohnheit Ich auf einmal nachglade Ja, hier einmal... Oh, oh Oh, oh Die letzten 2 fällt mich grad auf Komm, jetzt mach dir Scheiß Rapsch hier Da ist einer Da ist einer Hinter dem Baum alles rein doch nicht alles rein einer noch ein hat er ja genau so dass du noch nicht mehr geglaubt ich hätte fast ich hätte gleich ich hätte geschrien hätte ich jetzt verkackt ja Respekt an den Dingen ich gehe jetzt auf meinen Main-Account alle blöcke noch mal stehen um oder jetzt im Raum die die mit dem Ausmaß bei den Ich schreite los, das sind die zwei Letzten, aber das sind Solos. Der hat eine Krone, holt euch den noch. Ich glaube das macht sozusagen Darkface hübschen oder? Marco, hol dir die Krone. Ich bin dabei. Ich sehe den letzten, hast du aufgehoben? Ja. Wie ist der Letzten? Hat nur noch Zehner, hab ihn. Ja man, Nick! Sehr gut, sehr gut. Das war mein Krone. Alles Nicky Skills. Ich hab den bekommen, du Depp. Und du hast den bekommen? Ja. Das hab ich gerade so gesehen im Augenwinkel. Ja komm, wir können ja kurz unten den Tresor aufmachen. Ich mein, Zeit haben wir noch ein bisschen. Nein, ich will pushen. Ich will den Sieg. Nein, da braucht man Schlüssel, Yannick. Ich hab das Ding jetzt aufgemacht. Könnt euch was ihr braucht. Und jetzt gibt mir Sniper-Munition. Dann ziehe ich sie aus. Ab in die Toilette. Die geht in die Sorgen nicht da rein. Ach du Idiot, das sagst du mir, wenn ich durch bin. Ich hab's auch gar nicht mehr. War ja, war nicht so weit rein. Nein. Ja, sonst. Hauptsache, wir gehen alle ins Klo. Ja, nicht, wir haben ja alle vertrut. Wohin, die Potsen, du dummer, Potsen. Na, Janis. Okay, wenn man kommt, dann können wir blocken. Noch mal, noch mal. Kommt her. Junge, ich hab mal wieder die meisten Filme. Ich hab drei, lass mich nicht. Du, 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 du. Wie du das? Ähm, ich bräuchte ein Feld, weil ich hab, Flo, ich hab, sieh hier mythisch. Mythisch. Ja. Schön. Boop, 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 boop. Sie denkt sich voll geil aus, wenn so ein Block in eine Kiste öffnet oder rebooted. So geil aus. Gibt's eigentlich noch Zelte? Keine Ahnung, ich hab das jetzt keines gefunden. Auf einmal, die wurden entfernt. Ich bin Snipergott. Ja, weil die Gegner immer nicht bei mir sind. Das sind nur noch drei Teams. Davon werd ich mindestens noch einen abkriegen, oder? Wenn du Block hast. Ich hab das Auto gehittet. Cool. Bei mir. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, Mark bitte, Hilfe. Okay, hab. Jawoll, Epoch. Hab ihn. Ich hab noch einen geholt, darauf bin ich stolz. Mein erster Kronensieg. Meine, ähm, ich hatte schon einen Sieg, aber halt noch keinen Kronensieg, leider. So, wer hatte jetzt die meisten Filz? Ich. Macht bereit. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Du bist in Sonne, komm. Alexa. Aus. Team Koff. Team I'm. Ich glaub wir gewinnen Jugo. Derk auch, das sollte klappen. Wer schaut mir gerade zu? Ich. Ich. Das ist einfach sie. Und wenn wir auf der kleinen Sohn verfallen würden, wo sie sich alle verstecken. Das sind zwei Dings. Wie heißt du? Ich? Wie ich heiße? Ja. Ja. Ich heiße Timpiluz auf Trish. Oder was? Ja. Was? Ich heiße Ali. Ah, du hast meinen Namen, Luca. Mein Name ist Ali. Mein Name ist Sarah. Aber nicht Mohamed mit Vornamen, oder? Weil... Ey, ähm, sag mir einfach Mehmed Ali oder Ali oder Mehmed. Ja. Oh, oh, oh! Nur, 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 ich! Komm, 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 komm! Schieß nicht, schieß nicht! Komm, 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 mach dann fertig! No! Dann kommt noch einer! der Urlaub ist der Nächste der Urlaub ist der Nächste da unten ist er am Stein jawohl perfekter Schuss er muss der Typen nehmen ich glaube der ist hochgelaufen ja da hat er 8 30 er ist ein der Niederlage Lade und Luca haben so Babalu da Alter. Oh, 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 oh. Jawohl, episch. Let's go. Episch? Sehr schön, sehr, sehr schön. Luca und Lara hatten so gute Luft wie Babanum. Lara, Lara, Lara und Tamara. Lara. Ich meine, ich mache. Ja, ich schaue. Ah. Ah, da hat er ordentlich einen abgekriegt. Da hat er ordentlich was mitgekriegt. 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 Das dürfte gleich geregelt sein hier. In der Bewegungsmuster habe ich jetzt raus. da ist er weg, da ist er weg, da ist er weg Hallo Heretik! Jawoll, da ist er weg Magnet Missile Wenn ich da vielleicht die G für verwenden soll Ja, geschafft! Boah, das war knapp, das war knapp, das war richtig knapp Ah, da geht's schon los, so, gucken wie in der Gemini Laser schmeckt Oh, der schmeckt ihm sehr gut Ha, der ist ja schon weg, der ist ja schon weg, Leute Ich bin heute in Topform Jawoll Nie Nie Oh, fertig Zack Und so Hier brauche ich wieder Rush Die war aber schon besser Dann hol ich mir hier die Energie So, weiter geht's Jetzt kommt der kompliziertere Teil Sie haben ja schon Sie haben schon Maske Ich bin dein Oh Oh Woh Sie haben ja Lass merken Sie Sie haben Sie einmal Sammarsch Sie haben So, mal gucken wie die Nädegel schmecken, wie ihn diese Stachel schmecken. Oh, die schmecken ihnen nicht schlecht. Ha, der ist ja schon weg, der ist ja schon weg, Leute. Gerätig, ähm, vielleicht 23, 24 Uhr. So genau weiß ich's noch nicht. Das hab ich jetzt erstmal offen gelassen. Okay, das bringt nix. Schlangen. Auch nicht. Ja, das war mit Laser. Nee. Nägel? Es ist so schlecht. Jawohl, da ist er weg. ist er da danke und danke enrico dass wir jetzt auch was trinken darf ich bin hier die ganze kielster stammt Ja, es werden ja alle nicht abgestaubt. Streichwöchentlich sind noch acht Bautüren auf jeden Fall, ne? Also schon schon gebraucht. Hahaha. Du hast ja die Wappungen. Alles andere. Das haben wir jetzt noch geholfen. Altsch. Klein. Aber mal von Kärksen. 11 und 2 Oh, ich hab gesnacht Ich hab einen Mark Oh, und jetzt Der liegt da hinten Das sind so gute Schlauerspieler Ganz irgendwie so welche Das war's Cool Boah, ich hab dich grad so gekämmt worden Auf jeden Fall Eigentlich Da ich nicht gewesen wäre es so gut Kannst du ehrlich sagen Das ist so gut 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 Oh, das war also Ja, das ist so gut Das ist so gut Das ist so gut Das war's nicht. Das war's nicht. Das war's nicht. Das ist so... Das ist so... Oh, episch! 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 Oh, wieder nur 17, Mann! Ja... Ich hab auch nur 10... So, eine Runde mach ich noch! Nee, du hast 9, Kevin! Du bist ein Lügner! Wieder 9... Oh? Was? Oh! 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 dann stehen sehr gut ich schmeiße eine runde schappi für ihn für den wolf schmeiße ich eine runde schappi läuft das wir gut ja bisher das ist mega gut muss ich sagen wie bist du denn jetzt gestorben damit die einheiten folge dass in den büsch ist das war hier vorne oder in den büscher hinter dem büsch ist mit zweiterin gelesen ja da woraus bauen nun ja schon fort aus aber hier ist noch ein dummer gegner mal für immer drei sekunden dank der bot ja jetzt können auch er auch was andere wieder wir müssen uns mega schnell heilen weil die geiern jetzt alle auf ohne alter ich habe gerade so viel wir brauchen wir können ja das stimmt auch aber um werden wir weg gehen ja habe das ist ein menschen worden ich dachte und muss uns vielleicht vielleicht was geben haben du trinkst erst mal die mini ist hier vielleicht schon mal ein hunderter schott gekriegt von mir ja hab ihn auch so im team du hast so schade bevor die erste epische aber auf einmal kann auch so viele gegner eben ja der andere ist unter der brücke schon da haben wir nicht gewöhnen von der gew Raf' R Мос ii danko hier und hier ist med hier soma hielt mich schon danke bei mir bei mir sind beide aber noch einen komm schnell nein komm, hol die schnell bitte nein er hielt ihn er hielt ihn schieß hol die hier jawoll, episch episch sauber was gab's denn nicht was äh steak steak vom schwein vom rind oh das hinterhalb war ich auch nach Hause das schiff schiff und schiff das ist schiff Ach, es geschafft! No, es ist alles komisch. Zagrord, nehm ich. Das war's. Ah, paramos! Ah, paramos! Ata a paramos! Ah, paramos! Ah, paramos! Ah! Ah, paramos! Das war's für heute. Ich hole nochmal erster. 190, das ist doch ein gutes Ergebnis. 194 sogar. 20 nur 2, das ist doch einiges. 0, 2, 3, 2. 20. 20. 20. 21. 23. 23. 24. 23. 24. 23. 25. Das war's für heute. Das war's für heute. Um... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.